Ihr Lieben, ich liebe das einfach, Gott im Alltag zu erleben und manchmal auch in Situationen, wo man das vielleicht gar nicht erwartet. Ich persönlich bin Grundschullehrer und unterrichte unter anderem auch Sport und habe eine Situation in den letzten Wochen erlebt, in die ich euch gerne mit reinnehmen würde. Wir waren so gerade dabei, das Wettlaufen zu üben und habe dann meinen Kids so ein paar Tipps und Tricks mitgegeben und auf einmal hatte ich das Empfinden, als wenn der Heilige Geist so zu meinem Herzen gesprochen hat und jetzt fragst du dich vielleicht, wie der Heilige Geist hat zu dir gesprochen, wie kann Gott sprechen, wie nimmst du Gott wahr? Wir persönlich glauben einfach, dass Gott interessiert ist an einer persönlichen Beziehung mit jedem Menschen und dazu gehört eben auch Kommunikation und das mag auf ganz viele verschiedene Art und Weisen sich einfach abspielen. Es kann sein, dass man einen plötzlichen Gedanken hat, wie ich das hatte oder dass du auf einmal eine bestimmte Empfindung hast oder auch durch Träume teilweise dann durch so innere Bilder vor deinem inneren Auge, so ähnlich wie Tagträume oder durch andere Personen, durch andere Menschen, aber eben auch durch die Bibel, die wir auch manchmal einfach sein Wort nennen. Und da merkst du schon, das impliziert, dass Gott ein Gott ist, der redet und der auch durch die Bibel, durch sein Wort redet. Und dort gibt es eine Stelle, wo der Apostel Paulus gerade auf diesen Bereich des Wettlaufes auch darauf eingeht. Und die möchte ich dir einmal gleich vorlesen. Du darfst sie einfach mal auf dich wirken lassen und schauen, was der Heilige Geist für dich in deiner individuellen Situation gerade vielleicht auch hervorhebt und welchen Aspekt er für dich betont. Das Ganze steht in Hebräer 1, Vers 1 bis 4. Dort steht, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Und dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn erwartete. Und nun sitzt er zur Rechten von Gottes Thron im Himmel. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und ihr nicht aufgebt. Was ist dir gerade dabei durch den Kopf gegangen? Und was hast du für dich empfunden, als du diese Verse gerade gehört oder vielleicht auch mitgelesen hast? Wenn du magst, darfst du das Video kurz einfach mal auf Stopp darfst du mal auf die Stopp-Taste drücken und einfach mal kurz pausieren und das vielleicht mal sinken lassen. Und dann wird es dann weitergehen. Ich glaube, dass das, was der Heilige Geist hier vielleicht für dich gehighlighted hat oder hervorgehoben hat, einfach etwas ist, was dein Leben angeht und was er ganz persönlich zu dir sprechen möchte. Vielleicht, wenn du die gleiche Stelle in ein paar Monaten nochmal liest, wird etwas ganz anderes bedeutsam sein. Aber heute zählt, was er heute für dich geheighlighted hat und wo er seinen Fokus drauf gesetzt hat. Vielleicht ist es der Aspekt, dass Gott für dein Leben eine Bestimmung hat. Wir sehen das überall in der Bibel, wo es heißt, dass Gott gute Gedanken hat über uns, dass er Gedanken des Friedens, der Zuversicht und der Zukunft über unserem Leben hat. Vielleicht ist es aber auch einfach die Ermutigung, gerade in der Situation, in der du bist, nicht aufzugeben. Die Ermutigung einfach, dass am Ende dieser Durststrecke, die du vielleicht gerade erlebst, dass dort Licht am Ende des Tunnels ist. Dass da Freude ist. Und aber auch, dass er dir sagt, dass er versteht, wo du gerade durchgehst, weil er selber da durchgegangen ist. Vielleicht da, wo du gemobbt wurdest am Arbeitsplatz, wo dir Unrecht getan wurde, wo falsche Dinge über dich erzählt wurden. Dass er sagt, genau da versteht er dich. Vielleicht ist es die Einladung, einfach alle Last, die du gerade empfindest, einfach bei ihm abzulegen, vielleicht zum ersten Mal und einfach in seine Freiheit und in seine Weite hineinzutreten. Kleiner Extra-Tipp am Rande. Wenn du für dich überprüfen möchtest, hey, ist es gerade wirklich Gott, der zu mir spricht? Ist es gerade wirklich Gott, der da in meinem Leben gerade wirkt? Dann darfst du immer darauf schauen, ist es gerade etwas, was dich in Weite führt, was dich in Freiheit führt? Weil das ist unser Gott. Er führt schlussendlich immer in Freiheit hinein. Und wenn du das Gefühl hast, es ist eine Enge, in die es dich führt oder es ist eine Bedrückung oder es ist etwas, was dich gefangen nimmt, was dich gebunden hält, dann kannst du sicher sein, dass es ganz, ganz sicher nicht Gott ist. Was mich jetzt in dieser Sportstunde ganz persönlich angesprochen hatte, war der Aspekt, wohin habe ich meinen Blick gerichtet? Das heißt einfach in diesen Versen, dass wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten sollen. Und was mir ganz wichtig war, und das erklärt dich meinen Kindern, wie entscheidend das ist, gerade beim Wettlaufen, einfach die Augen gerade ausgerichtet zu haben auf das Ziel. Nicht links und nicht rechts zu schauen, nicht irgendwie, was ist gerade mit dem Boden oder nach hinten und so, sondern einfach die Augen ganz klar auf das Ziel ausgerichtet zu haben. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, warum ist das denn eigentlich so wichtig? Beim Wettlauf kann sowas über Sieg oder Niederlage entscheiden. Da sind manchmal Zehntelsekunden ausschlaggebend. Einfach darüber, welchen Platz man dann am Ende einnimmt. Warum ist es für unser Leben so wichtig? Wenn ich mich damit beschäftige, was sich vor mir oder was sich neben mir oder hinter mir abspielt, dann verliere ich meinen Fokus. Ich werde automatisch langsamer. Ich bremse mich vielleicht sogar selber aus. Vielleicht laufe ich auch leicht schräg. Vielleicht komme ich von meiner Bahn ab. Vielleicht laufe ich sogar mit jemandem zusammen oder stürze womöglich. Auch wenn es jetzt in dieser Stelle im Hebräerbrief nicht darum geht, dass hier bei einem Wettstreit jemand Erster wird und jemand Zweiter und jemand besser sein möchte als der andere. Auch wenn es da nicht darum geht, spielt eine ganz, ganz große Rolle hier, was ich in meinem Leben fokussiere. Deine Blickrichtung bestimmt, in welche Richtung du läufst, in welche Richtung dein Leben geht. Wir kennen dieses Beispiel. Es ist ein Negativbeispiel. Aber wo man sagt, wenn man von der Fahrbahn abkommt und man sieht, dort sind Bäume, dann bitte bloß nicht die Bäume fokussieren. Weil es ganz oft so ist, dass das, was du fokussierst, einfach in die Richtung gehst. Und du willst gerade, und ich habe persönlich schon eine Geschichte gehört, da war nur auf diesem Feld nur ein Baum und die Person hat diesen Baum fokussiert, weil sie ja nicht da reinfahren wollte und ist natürlich direkt in den Baum rein. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen, wo du einfach für dich so eine ganz persönliche Standortbestimmung machen kannst, worauf du gerade deinen Fokus setzt. Und wie gesagt, diese Stelle im Hebräerbrief, sie fokussiert uns auf Jesus und sagt, schau auf Jesus aus mehrerlei Gründen, auf die wir später noch eingehen werden. Ich möchte dich einfach fragen, worauf fokussierst du dich? Aber heute, ich möchte dir ein paar Fragen stellen, wo du sehen kannst, bin ich vielleicht ein bisschen abgekommen von meiner Fahrbahn? Bin ich vielleicht ein bisschen schräg gelaufen? Habe ich auf andere Sachen geschaut? Als auf das, was Jesus mir sagt, als das, was Jesus für eine Bestimmung für mich hat, als das, was Jesus für Richtlinien für mich hat, was er für ein Leben für mich hat, was er für eine Bestimmung für mich hat? Die erste Frage wäre, habe ich meinen Blick vielleicht nach unten und auf den Lauf selbst gerichtet? Schaue ich nicht mehr auf das Ziel, sondern schaue ich auf den Boden und bin so verbissen, einfach diesen Lauf zu laufen? Ein paar Fragen, die dir vielleicht helfen können für deinen Alltag. Definiert mich, was ich tue und was ich leiste. Definiert mich meine Performance und nicht das, was Jesus am Kreuz für mich schon längst getan hat? Habe ich mich vielleicht verloren in meiner To-Do-Liste und in den ganzen Herausforderungen des Alltags? Habe ich das mit Jesus sein vielleicht eingetauscht für das, was ich für ihn tue? Oder das, was ich für Gott tue? Ist Gemeinde für mich vielleicht einfach ein Dienst geworden? Habe ich vielleicht meinen Fokus da drin verloren? Zweite Frage, du darfst immer gerne nochmal die Einladung dazu, wenn du merkst, dass dich was anspricht, so auf Pause drücken, darfst gerne darüber nachdenken, dir Notizen machen, einfach Gott dazu weiterfragen, den Heiligen Geist soll dir einfach helfen. Zweitens, schaue ich nach unten und somit auf mich selbst, auf meine eigene Kraft, meine eigenen Möglichkeiten? Fragen, die dir dabei helfen können. Was ist mein erster Gedanke beim Aufstehen? Ist es, wie bekomme ich diesen Tag hin? Wie kann ich mir den perfekten Plan machen, dass ich da gut durchkomme? Womit fange ich als erstes an? Oder ist es einfach Guten Morgen, Heiliger Geist? Denke ich bei großen Herausforderungen an einen großen Gott? Muss ich in Kontrolle sein oder darf ich loslassen? Lebe ich in der Realität eines geöffneten Himmels? Fühle ich mich oft angestrengt, gestresst oder ausgelaugt? Habe ich vielleicht hier meinen Fokus verloren? Drittens, schaue ich zur Seite und schaue darauf, was andere tun? Vergleiche ich mich? Bin ich gern ich selbst oder wäre ich gern irgendwie anders oder vielleicht auch jemand anderes? Definiert mich, was andere über mich sagen und denken könnten? Oder das, was mein Schöpfer über mich sagt und denkt? Was übrigens sehr gut ist, als er den Menschen geschaffen hat. Weiß ich eigentlich oder weiß ich eigentlich noch, wer ich bin? Freue ich mich mit jemandem, der gerade Erfolg hat? Feiere ich das mit? Wenn er vielleicht sogar in einem Bereich erfolgreicher ist? als ich oder vielleicht auch begabter? Richte und überhebe ich mich oder ermutige ich und erhöhe und gebe großzügig Gnade? Agiere ich in meinem Leben oder reagiere ich mehr? Verspüre ich den Drang, mich beweisen zu müssen? Habe ich vielleicht meinen Fokus verloren? Und hier ist es einfach ganz wichtig und das fand ich spannend, als die Kinder sich so aufgestellt hatten, dass da war ein Kind dabei, das hat sich immer darum immer so fokussiert, wo stehe ich jetzt eigentlich, an welcher Stelle mit Kindern diskutiert und hat dann im Endeffekt den Moment verpasst, wo er starten sollte. Und ich glaube, wir dürfen einfach das einfach ablegen, uns damit zu beschäftigen, wo ist eigentlich unsere Position? Sind wir gesehen da drin in unserer Begabung? Wie stark ist, wenn du einfach da drin ruhst, dass du weißt, dass Gott dich sieht in deiner Situation, dass er das sieht, dass er mit dir deine Erfolge feiert, dass er dich anfeuert, dass er für dich ist, weil ich glaube, das ist Gott, dass er dein Bestes will, dass er das Best auch aus dir herausbringen möchte und dafür jede Situation auch zu deinem Besten nutzt. Und wie stark einfach, wenn wir nicht damit beschäftigt sind, was um uns herum geschieht, was Menschen sagen, was Menschen denken, ihre Meinung und davon uns beeinflussen lassen. Ich habe es gemerkt bei der Predigt, wenn ich zu sehr daran denke, wer alles zuhören könnte, dann beeinflusst mich das und wie viel stärker ist es, wenn ich mich einfach fokussiere und das hoffe ich für diese Predigt, dass ich mich einfach fokussiere auf das, was Gott einfach sprechen möchte und was er zu dir sprechen möchte. Also, lass uns nicht damit beschäftigen, wo ist unsere Position und wenn du vielleicht da den Fokus verloren hast, dann richte deine Augen wieder auf Jesus und sage, Jesus zählt einfach, was du über mich denkst. Es zählt, was du für Gedanken über mein Leben hast. Der vierte Punkt, schaue ich vielleicht nach hinten, schaue ich zurück, bestimmt meine Vergangenheit, mein Denken, mein Reden, mein Handeln und somit auch in gewissem Maße meine Zukunft. Oder bestimmt all diese Dinge der Fakt, dass Gott über mir ausspricht, siehe, das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Oder wie es auch heißt, dass der, der in Christus ist, eine neue Schöpfung ist. Habe ich vielleicht meinen Fokus verloren? Habe ich mich vielleicht zu sehr darum gekreist, einfach was gewesen ist, einfach in der Vergangenheit, was dort Menschen über mich gesagt haben, wo ich verletzt wurde, definiert mich das, definieren mich meine Fehler oder definiert mich einfach das Neue, was er mir geschenkt hat und die Möglichkeiten. Und es ist manchmal wirklich gut, auch zurückzugucken. Es ist gut, einfach Dinge durchzugehen und einfach zum Beispiel um Vergebung zu bitten bei einer Person. Ja, nicht so einfach zu sagen, so bumm, fertig, sondern einfach sich da leiten zu lassen von einem Heiligen Geist. Es ist gut, auch einfach bestimmte Sachen Gott abzugeben, zu sagen, hey, das ist irgendwie wie so eine Fessel, das ihm zu geben. Aber es ist nicht die Aufgabe deines Lebens, dich um diese Fesseln zu kreisen und immer noch zu gucken, wo habe ich vielleicht noch eine Fessel, wo bin ich vielleicht doch noch nicht heil genug oder wo fehlt mir da noch was. Sondern darauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist dir alles zu seiner Zeit einfach zeigen wird, so wie so eine Zwiebel einfach mehrere Schichten hat und Gott Sachen da auch angeht, einfach mit der Zeit. Und es ist nicht so, es muss nicht alles am Tag eins sein, da möchte ich auch von freisprechen, sondern es einfach Stück für Stück geht und dafür bin ich Gott dankbar, dass er genau das in meinem persönlichen Leben auch getan hat. Habe ich vielleicht in diesem Bereich meinen Fokus verloren und schaue ich nach hinten. Fünftens, schaue ich um mich herum und schaue ich auf die Umstände, die mich umgeben. Wenn ich diese Umstände sehe, sehe ich in ihnen ein Hindernis, das ich beseitigen muss oder etwas, was mich durcheinander bringt oder sehe ich es als eine Chance und Herausforderung, wachsen zu dürfen. Richte ich meinen Blick auf den Sturm oder richte ich meinen Blick auf den, der im Sturm schläft und wo die Bibel sagt, dass er in mir lebt und dadurch auch sein Frieden? Ist mein innerer Friede abhängig von meinen Umständen? Glaube und erwarte ich wirklich, dass mir alles und wirklich alles zu meinem Besten dient? Habe ich vielleicht hier meinen Fokus verloren? Eine Stelle, wo wir in der Bibel genau das sehen können, wie ganz konkret der Fokus verloren wurde und was das für eine Auswirkung hat, sehen wir in Matthäus 14, Vers 22 bis 31. Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihn, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch alleine dort oben. Währenddessen hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten, denn ein starker Wind war aufgekommen. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagte er. Hier, ich bin es. Habt keine Angst. Da rief Petrus ihm zu. Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Petrus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Den Teil erstmal. Was spannend ist, ist, dass als erstes wir hier sehen, dass Jesus derjenige ist, der sie hinausführt. Also er kennt diese Umstände, er weiß, was kommt. Und wir wissen selber, wenn wir in der Bibel schauen, dass Jesus sagt, ich werde alle Zeit bei euch sein. Das ist ein Versprechen, dass er bei uns ist. Er verheißt uns aber nicht, dass immer alles tuti futi ist, dass es keine Herausforderung gibt. Und er hat schon gesehen, dass dieser Sturm gekommen ist. Aber er hat auch gesehen, was es für ein Glauben auslösen würde in den Jüngern, zu sehen, wenn er in diesen Sturm hineinkommt. Und jetzt kann man hier sagen, ja, Petrus, hat der jetzt auf die Umstände geguckt. Wir sehen das, was passiert einfach, wenn wir auf die Umstände gucken, wie es uns zum Sinken bringen lassen kann in unserem Leben. Aber wir sehen hier drin auch, was für eine starke Kraft da drin ist, wenn wir auf Jesus schauen. Und dass Petrus tatsächlich hier auf dem Wasser gelaufen ist, ein Stück, und Jesus fokussiert hat. Und ich glaube, genauso, auch wie ich es in dieser Situation war, den Kindern zu sagen, schaut gerade aus, und ich habe sie richtig angefeuert. Ich habe ihnen gesagt, so, gebt euer Beste, schaut nach vorne, schaut auf das Ziel. Ich habe gespürt, wie das so genau das Herz des Vaters ist. Einfach über dir, wo er dich ermutigt in deinem Leben. Schau nach vorne, und er weiß, dass diese Sachen kommen, diese Herausforderungen vielleicht in deinem Leben sind. Ich sage nicht, dass er sie geschickt hat. Das persönlich glaube ich nicht. Aber dass er weiß, dass diese Dinge kommen. Und dass er dir aber beisteht. Und dass er weiß, dass du, wenn diese Wellen kommen, dass du auf den Wellen tanzen wirst. Weil du einfach in ihm lebst und weil du auf ihn schaust. Weil er in dir lebt. Es ist nicht was, dass du von extern irgendwie Hilfe erwartest, dass du da irgendwie ausgeliefert bist, sondern, dass du dich einfach fokussierst auf den, der einfach in dir lebt. Der dein innerer Frieden ist, der deine Freude ist, der deine Selbstbeherrschung ist, der deine Freundlichkeit ist, der deine Barmherzigkeit ist. Dass du dich darauf fokussierst. Das, was schon in dir angelegt ist, dadurch, dass Jesus einfach in dir lebt. Er ist nicht irgendwo, er ist nicht fern, sondern er lebt in dir. Und das finde ich genial. Er ist nah. Und er ist in dieser Situation da. Und vielleicht hast du gerade gemerkt, hey, ich habe irgendwie in einem dieser Bereiche meinen Fokus verloren. Irgendwie habe ich nicht mehr auf Jesus geschaut. Vielleicht hast du gemerkt, ich bin gerade ganz schön getrieben von dem. Und das ist etwas, was mich persönlich viel beschäftigt. Von dem manchmal, was Menschen über einen denken. Ich meine, ich bin jetzt gerade dabei, eine Predigt aufzunehmen für YouTube. Ja? Und das ist etwas, was einen beschäftigt. Aber wenn ich denke, wenn ich einfach darauf schaue, einfach auf Jesus, und es mir darauf ankommt, was er über meinem Leben sagt, dann ist es das entscheidend und es ist das, was mich wieder freisetzt. Wenn ich nicht gucke auf das, was in der Vergangenheit gewesen ist, sondern ich schaue darauf, was er ausspricht über meinem Leben, dass es neu ist, dass mich das nicht mehr definiert, sondern dass es mich definiert, was er für mich getan hat. Das ist die Botschaft vom Kreuz, dass Jesus ein perfektes Leben für dich und für mich gelebt hat und dass er für all unsere Fehler, die wir getan haben, also das, was uns sonst definiert hätte, dass er dafür gestorben ist, dass er dafür den Preis bezahlt hat, dass du wieder frei sein kannst, dass du in Weite sein kannst. Dass es nicht mehr deine eigene Kraft ist, nein, sondern es ist Christus in dir, Jesus, aus dessen Kraft du einfach leben kannst, aus dem du schöpfen kannst, aus dem Heiligen Geist, der in dir Wohnung genommen hat. Ja, und das habe ich erlebt selber in meiner Zeit des Referendariats. Ich hatte wirklich literally keine Kraft mehr. Ich hatte keine Kraft mehr, körperlich nicht und ich musste, musste einfach, ich habe jetzt gar nicht erzählt, worum es überhaupt geht, ich musste noch bis zum nächsten Morgen eine bestimmte Hausarbeit fertig haben und ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe einfach nur gesagt, Jesus, Hilfe, und lag auf meinem Bett und Tränen kullerten mir runter. Ich kam nichts mehr raus als Hilfe und es kam wirklich seine Kraft in mir hoch und eine Freude in mir hoch, die ich mir nicht erklären kann, außer dadurch, dass er in mir lebt und dass ich mich darauf fokussiert habe und ich hatte eine geniale Zeit, habe das geschafft und es war mega. Wie gesagt, nicht zu empfehlen, irgendwie Nacht durchzumachen und sowas, aber wo ich gemerkt habe, wow, seine Kraft ist in den Schwachen mächtig und da darfst du dich einfach darauf fokussieren, auf diesen Jesus. Ja, und wenn du siehst gerade die Umstände in der ganzen Welt, wo wir uns fragen, wo ist hier gerade Richtung, wo ist oben und unten, es gibt so viele Fragen und da einfach zu wissen, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ja, du darfst aus ihm heraus leben und es ist Leben in Fülle, die er hat, wo es sogar heißt, im Angesicht deiner Feinde deckt er dir einen Tisch. Das ist das Leben, aus dem wir leben dürfen. Also Jesus ist da ganz nah in dir, er ist bei dir, er läuft mit dir, er ist deine Kraft, er ist dein Antrieb, er ist deine Motivation, aber er ist auch dein Ziel, er ist mein Ziel. So, ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich lebe für ihn. Wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte ich jetzt diese Predigt hier jetzt nicht gemacht, sondern hätte wahrscheinlich irgendwas anderes gemacht, mich um was anderes gekümmert oder so. Aber ich lebe für ihn, ich mache das für ihn, weil ich Herzen berühren möchte, weil es mir eine Freude einfach ist, zu sehen, wenn es dir hilft, wenn es dich näher ranbringt an sein Herz, wenn du dich wieder auf Jesus fokussierst, wenn du sagst, ich möchte wieder neu meinen Blick auf ihn richten, nicht auf das, was gerade an stürmischen Zeiten ist. Es ist gut, auch mal die Nachrichten zu gucken und es ist gut, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen und eine Meinung zu haben, aber man kann auch da drin versinken. Genauso wie Jesus mein Ziel ist und ich für ihn lebe und er mir dadurch Sinn und Bestimmung gibt in meinem Leben und mir zeigt, dass ich, was eigentlich jeder Mensch möchte, für etwas Größeres lebe, genauso ist er aber auch mein Vorbild und ich orientiere mich an ihm und dafür möchte ich das echt empfehlen. Guck einfach rein in die Bibel, lern diesen Jesus einfach kennen, wie er reagiert hat, wie er agiert hat in Situationen, was er gesprochen hat, wie er gelebt hat, seine Großzügigkeit, seine Liebe, seine Klarheit, seine Vergebung. Wenn man überlegt, wie klar Jesus gesprochen hat, ganz klar, aber auch immer geguckt hat, mit wem redet er gerade und wie er da geredet hat, immer genau hinein in das Herz der Menschen und er hat das bei Menschen, die hochmütig waren und stolz, da hat er ihnen das gespiegelt und genauso hat er auch Menschen, die verletzt waren, zerbrochen waren, genau ihnen ist er begegnet, in genau dem, was sie gebraucht haben. Ich finde das stark, dass er seinen Weg bis zum Ende gegangen ist. Er hatte den Fokus darauf, er hat gesagt, für mich ist mein täglich Brot, den Willen meines Vaters zu tun. Das ist ein Vorbild für uns, einfach darauf zu schauen, in dieser Zeit zu gucken, Vater, was möchtest du? Was ist auf deinem Herzen? Und es ist da, Jesus zum Vorbild einfach zu nehmen und so meine Entscheidung und mein Denken, mein Sprechen, mein ganzes Handeln einfach nach ihm auszurichten. Und wie gesagt, das ist nicht wieder dann dieser Katalog, was du machen musst, sondern das ist einfach zur Inspiration für dich, zu sehen, ah, okay, und manchmal sind es bestimmte Aspekte, die er wieder highlightet für dich, was gerade wichtig ist in dieser Situation. Für mich ist es einfach gerade, dass er mir nochmal neu so bewusst geworden ist, dass ich nicht nur nicht mitmachen möchte, wenn Leute lästern, ja, sondern dass ich eine Kultur schaffen möchte, wo diese Leute ganz klar wissen, dass in meiner Gegenwart einfach, dass ich das nicht möchte, dass da gelästert wird, dass da schlecht geredet wird über andere Leute. Und das ist das, was er gerade highlightet. Und so hatte ich eine Situation gestern im Hansapark, wo ich gemerkt habe, ich saß in diesem Karussell und da haben Leute einfach um mich herum gelästert und ich dachte gerade, ich könnte das jetzt einfach aushalten und dann weggehen und wo ich gemerkt habe, der Heilige Geist hat diesen Punkt angesprochen, da in dieser Situation wie Jesus zu reagieren und ihn zum Vorbild zu nehmen und wo ich dachte, Jesus war da nicht passiv. Er hat jetzt auch nicht gesagt, was ist hier mit euch los, was geht mit euch. Aber ich habe sie ganz direkt darauf angesprochen, habe gesagt, ihr seid, also weil es wirklich richtig coole Freunde waren, ich habe gesagt, ihr seid so geniale Freunde, ihr seid so eine geniale Truppe und ich habe das absolut nicht nötig, euch darüber zu identifizieren, dass ihr jemand anderen ausschließt, was sie gemacht haben dadurch. Das haben sie auch selber gesagt, dass sie diese Person irgendwie ausschließen wollten. Die Person war nicht mit dabei. Ich habe gesagt, ihr habt es absolut nicht nötig, euch darüber zu identifizieren. Das habt ihr absolut nicht nötig. Und ich habe das einfach kurz so gesagt, ich habe es gemerkt, das haben sie genommen. Was sie wussten, das war nicht als Vorwurf, nicht hingeklatscht, sondern das war etwas Gewinnendes für sie, etwas Wertschätzendes. Und genauso hat Jesus immer den Ton getroffen und hat immer diese, ist einfach seinen Weg gegangen. Egal, was links und rechts abgegangen ist, aber er hat das in so einer starken Maße gemacht, was mich einfach nur beeindruckt. Und wo ich mich daran orientieren kann und mich inspirieren lassen kann und auch mir zeigen lassen kann, durch den Heiligen Geist, wenn ich die Bibel lese, weiß, was es gerade ist, was er angehen möchte oder vielleicht auch durch andere. Aber dass du auch wissen darfst, er ist nicht nur derjenige, der das angefangen hat in deinem Leben, sondern er ist auch derjenige, der es vollenden wird. Er ist auch die Kraft da drin, wie ich das eben gesagt habe. Er ist nicht nur, dass er sagt, hey, da wollen wir hin, sondern er auch sagt, da wollen wir hin und ich gebe dir alles, was du brauchst, um dein Ziel zu erreichen. Und das ist doch stark, dass er nicht nur das Ziel ist, sondern dass er auch bei dir ist, auf deinem Weg, wie dein Weggefährte, der mit dir zusammenläuft. Aber er lebt auch in dir und er ist deine Kraft, die er dir Antrieb gibt. Und das gibt deinem Leben klare Richtungen, klare Orientierung. Und wenn wir so etwas brauchen, dann heute. Und das lässt sich gut zusammenfassen, einfach in dieser Passage der Bibel, wo es heißt, deshalb lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Also ich lebe für ihn. Ich lebe durch ihn. Ich lebe von ihm. Das wird da alles drin deutlich. Und ich lebe mit ihm. Und das ist meine Einladung heute für dich, dass du einfach mit ihm lebst, dass du einen Fokus bekommst in deinem Leben. Vielleicht fühlst du dich gerade wie umherirren. Ich kann dir sagen, Jesus gibt deinem Leben Richtung. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich mal Grundschullehrer sein würde und dass er mir aufs Herz legt, Pastor zu sein. Und trotzdem sind es Dinge, die sich entwickelt haben und die sich immer noch entwickeln. Und ich merke den roten Faden. Ich merke das so stark. Und so gibt auch Jesus deinem Leben auf ganz individuelle Weise, gibt er deinem Leben Richtung. Und er möchte einfach mit dir gehen. Er möchte mit dir in Beziehung leben, so wie ich einfach mit ihm in Beziehung lebe, wie viele mit ihm in Beziehung leben. Ja, wo es einfach heißt in der Bibel, dass wenn du ihn in deinem Leben aufnimmst, du Gott deinen Vater nennen kannst. Und vielleicht ist Vater für dich vielleicht belastet. Und ich kann dir sagen, er ist anders als jeder irdische Vater. Wenn du einen guten, super Vater hattest, kann ich dir sagen, dieser Papa ist krasser. Wenn du einen schlechten Vater hattest, dann möchte ich dir sagen, dass dieser Vater ganz, ganz anders ist. Und dass du der Vater bist, den du dir immer gewünscht hast. Und wir sehen eine Geschichte, mit der ich abschließen möchte, wo ich dich einladen möchte, einfach dich diesem Vater zu öffnen, dich Jesus zu öffnen, den wir auch sozusagen unseren Bruder nennen könnten. Hier heißt es, oder was heißt hier heißt es, in dieser Geschichte geht es darum, dass ein Mann, der für Gott steht, zwei Söhne hat und der jüngere Sohn von den beiden, dass er sagt, ich möchte mein Erbe jetzt ausgezahlt haben, was so viel bedeutet, wie ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben, ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Und der Vater in Liebe das zulässt, ihm sein Erbe auszahlt und der Junge von dann geht und einfach alles auf den Kopf haut, sein Leben buchstäblich gegen die Wand fährt und sich dann irgendwann mit Schwein wiederfindet und merkt, er ist mittellos, er hat keine Beziehung, keine Freunde mehr und er sieht sich, wie er am Ende seines Lebens angekommt. Und was ihm durch den Kopf geht, ist dieser Moment, wo er so einen plötzlichen Gedanken hat, genau wie manchmal der Heilige Geist zu uns plötzlich spricht und sagt, ich könnte ja zu meinem Vater gehen, vielleicht könnte ich ja wenigstens für ihn arbeiten und er geht zurück und überlegt sich vielleicht, was könnte ich nur ihm sagen, wie könnte ich das erklären und er überlegt und überlegt und läuft und schaut nach unten auf den Boden, schaut auf seine eigenen Mühe, Möglichkeiten. Vielleicht auch manchmal links und rechts, was denken die Leute über mich, weil er hat nach Schwein gerochen und was denken die Leute links und rechts über mich. Vielleicht hat er sich all diese Gedanken gemacht, aber er wollte zum Vater gehen und die Richtung war die richtige. Und vielleicht hat er irgendwann seinen Blick einfach aufgerichtet, vom Boden weg. Er hat das, was hinter ihm war, hinter sich sein gelassen und er hat nach vorne geschaut und er hat auf den Vater geschaut, der ihm entgegen gerannt kam, der alles hinter sich gelassen hat, was Menschen angeht, was Menschen von ihm denken. Er war hoch angesehen, er hatte Reichtümer, er hatte Besitz, er hatte Einfluss und in dieser Zeit ist man nicht gelaufen, wenn man diesen Einfluss hatte oder diese Position hatte, aber er hat sich seinen Rock hochgenommen, dass er besser laufen konnte und ist dem Sohn entgegen gerannt, weil es ihm egal war, was Leute über ihn gedacht haben, weil es ihm egal war, was hinter dem Sohn lag, die Vergangenheit. Es war ihm egal, er hat nur auf den Sohn geschaut, er hat nur geschaut, dass sein Sohn wieder nach Hause kommt. Und genauso kümmert es Gott nicht, was man über ihn denkt. Als er für dich am Kreuz gestorben ist, als er verspottet wurde, als er abgelehnt wurde, als er in einfachen Verhältnissen aufgewachsen ist, als er Mensch geworden ist, als er ein in die Windel machendes Baby geworden ist, um auf die Welt zu kommen. Einfach wegen dir, weil er gesagt hat, du bist es wert und alles andere hat dich nicht gekümmert. Und deswegen möchte ich dich einladen, dass du zurückkommst zum Vater, dass du deinen Fokus auf Jesus richtest, auf diese Liebe und dass du alles andere hinter dir lässt, was Menschen über dich denken, was deine Vergangenheit dir sagt, was deine Umstände dir sagen und dass du auf ihn schaust. Wenn du das möchtest, dann möchte ich dich einladen, mit mir einfach zusammen zu beten. Ich bete einfach vor, du darfst mitbeten und lass uns gerne davon wissen, wenn du heute dich entschieden hast, einfach mit ihm zu gehen und einfach dieses neue Leben mit ihm zu starten. Wir würden es lieben, von dir zu hören und mit dir einfach in Kontakt zu bleiben. und lass mir einfach nachsprechen. Jesus, wir danken dir für deine Liebe. Jesus, ich danke dir, dass du alles hinter dir gelassen hast, um mit mir in Beziehung zu sein. Ich danke dir dafür, wie sehr du mich liebst und ich danke dir, dass ich es 100% wert war und ich möchte von nun an meinen Blick auf dich richten. ich möchte dich kennenlernen und hören, was du über mich sagst, wer ich bin, was für Gedanken du für mich hast, was für eine Bestimmung du für mein Leben hast. Und ich gebe dir heute mein Leben. Ich lasse alles einfach vor dir los und ich danke dir, dass du Neues daraus machst. Von nun an möchte ich nur mit dir leben. In Jesu Christi Namen. Amen. Gott segne dich. Und ich möchte einfach noch kurz für uns beten, wenn du vielleicht schon mit Jesus unterwegs bist, einfach genau dafür, dass wir unseren Fokus nicht verlieren, dass wir uns nicht verlieren in Dingen, die neben uns, hinter uns liegen, sondern einfach unseren Fokus auf Jesus richten, einander auch anspornen und ermutigen da drin, weil wir laufen ja gemeinsam, wir laufen ja nicht gegeneinander, sondern wir sind seine Kinder und dürfen es einfach genießen, einfach auf ihn zuzulaufen, auf unser Ziel, miteinander auch zu laufen, in Gemeinschaft, einander zu ermutigen und einfach da wirklich Familie zu leben, wer wir einfach wirklich sind. Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du der Anfänger und dass du der Vollender bist und ich möchte dir danken dafür, dass du uns zusammengestellt hast, Jesus, einfach, dass wir diesen Lauf laufen dürfen, dass wir ihn zusammenlaufen und uns auch an Dinge erinnern und ich danke dir dafür, dass ich heute vielleicht erinnern durfte, Jesus, oder Dinge anstoßen durfte, Jesus und dass du mit deinem Heiligen Geist einfach Herzen berührt hast. Ich möchte dich einfach bitten, dass du uns einfach zeigst, Jesus, wo wir von Dingen einfach unseren Fokus wieder zurück auf dich einfach setzen und auf das, wer du bist, was du sprichst über unserem Leben, Jesus. Dass unser Fokus wieder neu gesetzt wird, Jesus, und wir richten unseren Blick auf dich. Wir richten unseren Blick auf dich, weil wir danken dir, dass wir verwandelt werden in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Jesus. Unser ganzes Denken, Vater, was sich dem anpasst, wer wir eigentlich schon sind, Jesus. Danke dafür. Danke, dass durch dich alles möglich ist. Und danke, dass wir viele, viele Geschichten hören werden, einfach davon, wo Menschen wieder ihren Fokus auf dich gesetzt haben und dadurch in wahre Freiheit gekommen sind. Wir ehren dich, Jesus, in deinem Namen. Amen. Wir ehren dich, 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 Bis zum nächsten Mal.